hallo meine lieben freunde der volksmusik herzlich willkommen zu let's play resident evil zero remastered hd high definition remastered folge nummer zehn wir waren gerade in der folterkammer beziehungsweise die konstanze war in der folterkammer und der billi glaube ich heißt er hat sie gerettet und jetzt muss ich auf den bild wechseln da nickt sie immer die konstanze witzig alle grafik ist so ganz nett da ist ja remastered da ist ein farbband hoch hoppla jetzt müssen wir da sind doch genau das ist wieder raus oder worte will die lösung ohne lösung geht ja nix verlasst mit ihm und becker den raum das wird dann wohl die tür sein oder und jetzt kommen gleich horror effekte oder wo ist ein effekt bin ich da jetzt richtig was ist denn das oder muss ich da wo muss ich hin jetzt bin ich wieder irgendwo falsch oder wie ne warte bleibt an dieser stelle durch die tür rechts neben dem raum mit der schreibmaschine gelangt er noch tiefer in den keller holt aber zunächst weiter von muss und nehmen noch mal genau sofern hier oben noch den holt nach unten in den an zurück die tür die noch tiefer in den keller führt die noch tiefer in den keller führt das ist welche jetzt die die links oben oder die rechts unten warte da geht es da wieder warte ach komm da können sich keine sagen aus da geht es wieder rauf oder worte geht es da wieder rauf oder geht es da runter kommt er kennt sich dann immer auskommt nach zwei mit dann schon das führt noch tiefer in den keller oder genau da war habe ich mich da schon mal falsch verlaufen worte da gehen wir darunter oder die noch tiefer in den keller für ihren gang waren spinnen die im raum rechts wird findet ihr ein wasserfall und zwei insekten die vor allem schlüssel wären wird m ruhe zu rechnen rechts oder miedzieć ist ein horrorspiel ich hätte mir ein horrorspiel doch ein bisschen mäßiger vorgestellt da war dort warte da den schlüssel oder da sind schlüsse im idiot schrank schlüssel nehmen und das machen wir nicht das sind ja ich habe ja neulich so angeschaut der kam am heiligen abend am 24 kam auf tnt um 23 15 sorge der teil 1 teil 0 kannte ich zwar schon aber dachte ich mir kommen nach dem heiligen abend muss auch mal wieder ein bisschen so anschauen verlass schnell den raum nun lauft ihr weiter durch die lauf die weiter durch die erste doppeltür und nehmt die treppe nach oben weiter warte da die doppeltür worte nun da wieder raus lustig dass diese so für mich ab sieben teile gibt es oder sieben oder auch die so viel mit jama schon kultstatus quasi oder muss man dadurch die doppeltür oder ich rede sonst nie so viel ganz außer auch vor dem horroreffekt ja hoppla warte und nehmt treppe nach oben dass sie wenn man doch noch um tak takt 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 sammet die munition überall ein in allem halb offenen unterschrank gibt es noch mag und mag und öffne den waffenschrank unter höhlt ein körperchen heraus da ist schick halb offenen waffen schrank ist der oder wie das ist jetzt das da oder kommt verschlossen wobei es da den schluss warte in einem halb offenen unterschrank gibt es auch mal mit dem schlüssel öffnet ihr den waffenschrank hat der hat doch den schlüssel kommt hatte schlüssel verwenden nimmt er den netz da ist ein köpfe kofferchen nehmen adu duralumin koffer nehmen ja verspricht natürlich mit dem hat er jetzt ein koffer untersuchen was ist mit dem muss ich den jetzt sieht man die zahlen 38 die kommunikation wird verraten darin also 385 und genau wollte ihn auf verwenden kombinieren untersuchen 38 wie gewichendes sein gewichen die kommunikationen zu drehen war der warte so jetzt oder wie kommen aber ich krieg jetzt oder zahlenscheibe drehen ja 335 öffnen da ist etwas drin acht diese logik hier durch das verblüffend bis holen sowie mitgenommen genau wie kann ich das kombinieren worte dass er entweder für die wecker sondern für wildes pistole geben wir als mal der rebecca austauschen noch die warte kommt die muss sie erst das ablegen jetzt gehen wir zu der das war brauche blaues graut brauche das noch blaues graut für was braucht man das untersuchen das ist ein blaues graut für was ist das gut warte mal das lege ich jetzt abwarte ablegen und jetzt kann ich das austauschen dann kann ich es wieder nehmen war auch jetzt war ich zudem jetzt müssen wir das austauschen austauschen und jetzt gehe ich wieder zu der jetzt muss ich das kombinieren oder auch kommen das spiel macht ein fertig worte kombinieren mit dem da holla errungenschaft freigeschaltet mein prachtstück na gut da wollen wir jetzt keinen kommentar jetzt nehmen wir jetzt können wir das wieder nehmen oder komm blaues graut ich will das nehmen verdammt jetzt aber komplett nicht dass ich das so blau blau kraut blau kraut bleibt blau kraut und braut kleid bleibt braut kleid oder so kommen jetzt haben wir alles oder munition brauchen wir nicht jetzt gehen wir ich gehe ich wieder auf den oder weil damit die immer das ist dann liegt die immer so süß kommt was nun stellt die rebecca an der steuerpult links im raum nun stellt die rebecca an der steuerpult links und wo ist ein steuerpult links im raum aha steuerpult links im raum da oder hier ist ein bedienfeld knopf drücken nicht anfassen und jetzt ist das trennen okay und jetzt muss man den nehmen genau nun stellt die rebecca an der steuerpult links im raum billy startet ihr mit dem granatwerfer trennt beide und und lauft mit ihm hinab und an der doppeltür links lauf mit ihm hinab und an der doppeltür links doppeltür links an der doppeltür links das ist da geht nicht an der doppelte trennt beide und lauft mit ihm hinab und an der doppeltür links bewegt euch mit billy im ersten bild nach unten ihr seht hinter einem gitter gelbe für den granatwerfer das da mit rebecca bedient ihr am pult an den linken schalter nun verschieben sich geht da und billy sammelt die minuten ein mit rebecca bedient ihr am pult nach kommen das ist an den linken schalter links genau war ich das säure ganaten mitgenommen bedienen mit dem bäcker nur den mittleren schalter mit rebecca den mittleren schalter mit billy auch mal weiter bis es nicht mehr geht da drückt dann erneut den linken schalter mit rebecca unterwegs mit den linken schalter und der weg für billy ist weit drückt den runden opf um die kampfsequenz gegen zwei hunter zustand kam sich kann sequenz eingeleitet da sind böser noch ein böser kommt halt dann schlüssel und der schaubes aus ich sehe nichts aber ich schieße einfach mal haben sie ganz abgeschlossen da sind schlüssel anlagen schlüssel mit dem jahr und kann ja so viel tragen sammeln sind beide hand hand erledigt sammelt den schlüssel weiter hinten ein und untersucht ihr habt den wasser schlüssel gefunden begebt euch nun zurück zum raum mit den tierstatuen wir sind ein tierstaat untersuchen muss ich denen so ein besuch wasser schlüssel genau und geht es jetzt geht es doch wieder raus ich schrecke spiel begebt euch zurück zum warm mit den tierstatuen wissen ein raum die schatten hier starten müssen raum mit der stadt zum warm mit dem tierstatuen was macht die rebecca jetzt bist du die hohlich kommt tschuldige worte wo was ist denn jetzt oh ne wo ist denn jetzt die konstanze komm 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 jetzt genau wo sind denn jetzt die tierstatuen ich hab hier nichts mehr da war nix oder da ist nix mehr daraus kommt immer wieder rauf wo ist hier irgendwie da geht es aber auch nicht weiter ja ich komme ich kenne mich wo geht es jetzt kenne ich mich drunter und doppel stürte der berunter doppeltür da geht es wieder raus oder tierstatuen sind natürlich der berunter jetzt gehen wir hier starte war es das wasser ding das wasser ding was ist keine saugen mehr da sind keine tierstatuen dann gehen wir da wieder raus da waren wir schon da genau jetzt gehen wir darauf oder tierstatuen tierstatuen ach war das da in dem wort mal wort ist das ist das sind die tierstatuen an dem gitter weiter hinten seht ihr einen kleinen hinweis zu diesem rätsel da oder sechs seelen ah nee oh warte ich sehe die rebecca von unten sechs seelen gefesselt von den ketten ketten das da kommt dann fahren sie die flammen des lebens mit den geistern der schwachen tschuldigung ach komm ihr müsst mit billis feuerzeug nach und nach folgende schalen bei den tierstatuen entzünden ein herrscht ach tschuldige wo ist denn ein hirsch ich sehe keinen hirsch das ist der hirsch warte komm hirsch 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 Zündet ihr das jetzt an? Aha! Warte, entschuldige, ich muss sniesen. Entschuldigung, oh ne, Entschuldigung, das kann doch keine Sau hier, hirsch, Wolf, ich muss nochmal. Tut mir jetzt echt leid, aber du siehst, das ist live. Wolf, wo ist denn ein Wolf? Wolf, das ist, das ist ein Wolf, oder? Komm, das da hinten ist kein Wolf, was ist denn das? Das ist ein Wolf. Wolf, das ist ein Wolf. Wolf. Das ist ein Pferd, wo ist ein Pferd? Das ist ein Pferd. Pferd, Pferd, Tiger, wer ist ein Tiger? Entschuldigung, Entschuldigung, das kann doch nicht sein, Tiger, wo ist ein Tiger? War das ein Wolf, oder? Das ist ein Tiger, 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 Schlange und Adler, wo ist denn die Schlange? Schlange, Schlange. Ach, komm, Schlange. Ah, warte, ich stehe falsch. Rebecca, geh mal weg. Schlange. Und der Adler, ne, da bleibt jetzt, ah, ich muss mal nochmal, warte, Entschuldigung. Und der Adler, also es ist schon ein Wahnsinn. Spiel muss man schon mal sagen, wahnsinnig toll. Ah, komm, Leck, LM, komm, jetzt aber, Entnau, ah, geht das Ding auf, Entnau. Dann noch öffnet sich das Gitter. Geht ihr hierhin durch, findet ihr zwei Räume. Das ist toll. Geht ihr hierhin durch, findet ihr zwei Räume. Finde ich zwei Räume. Oh, zwei Räume. Rechts im Kamin findet ihr eine erste Steintapel, sowie deren Flaschen. Rechts im Kamin, wo ist denn rechts? Was ist das, oder wie? Rechts im Kamin. Das Spiel macht dann fertig. Rechts im Kamin. Ach, da, Mensch, das ist aber auch ein Scheiß. Können Sie jetzt nicht drauf abkommen? Er leckt mich doch an. Ah, nee, was ist denn das? Säuregranaten. Was brauche ich denn nicht? Oder kann das die Rebecca nehmen? Ich muss 50 Steintafeln nehmen. Das finde ich witzig. Wie soll ich denn die nehmen? Wenn, wenn, wie soll ich denn da... Ah, leckt mich doch am Arsch. Komm, Entschuldige. Wie soll ich denn die tragen? Ich soll zehn Steintafeln nehmen, habe aber nur sechs Plätze frei. Warte. Ich muss mal die Granaten... Ich muss mal die Granaten... Äh, ablegen. Komm. Das ist ein Scheißspiel. Was soll ich denn die tragen? Ah, komm, ich will das nicht. Jetzt haben wir. Ah, Einheitsstein habe ich mitnehmen. Ja. Ah, und leere Flaschen, wie soll ich denn die mitnehmen? Äh, Brei nicht, oder? Sind ja im Raum geradeaus waren Zombies und eine Notiz von Praktikanten auf die Misch. Ach, komm, wie soll ich denn jetzt noch die Notiz mitnehmen, wenn das geht durch? Ne, die Notiz braucht keinen Speicherplatz, oder? Ah, da sind Zombies drin, oder? Ah, ne. Ja, komm, hoch. So, äh, was ist denn das? Farbband. Ist das eine Schreibmaschine? Ne? Ne? Es blinkt wieder alles, was ist. Es blinkt nur blau. Was blinkt da? Ah, da ist die Notiz. Komm. Tagbuch. Blablabla, komm. Sie haben folgendes Tagebuch. Und was ist da sonst noch? Ja, sonst ist nichts mehr. Äh, packt die Hand und schnappt euch diese und haut ab, von Munition zu sparen. Das war alles hier unten im Keller. Schleppt alle wichtigen Gegenstände nach oben in die Haupthalle oder ein Nebenraum. Achtung, in der Haupthalle ist, ist noch ein Grenzplatz. Da schau her. Da schau her. Da schau her. Der wackelt noch, schau her. Der zuckt noch. So einer. Das ist Farbband, oder? Sie scheinen keinen besonderen Merk. Ach komm, das ist wie du das Text basiert, das... Äh, Käse etwa. Jetzt, äh, zurück im Anwesen. Die restlichen... Legt die erste Scheinnabel sicher ab und sorgt für etwas Platz im Inventar. Also in jedem Fall schon die Benzinkarnisse. Wir werden sie nun in diesem Abschnitt brauchen in der Haupthalle. Haupthalle. Ich muss jetzt in die Haupthalle. Ich weiß keine Sau mehr. Wie geht's in die Haupthalle? Ach komm. Muss ich da, wo das S ist jetzt? Nee, rechts. Ach komm. Ah. Aha, jetzt sind wir da. Ach komm, da kennt sich kein... Rechts die Treppe. Rechts ist die Treppe rauf, oder? Hier? Oh, oder? Da geht's wieder rauf, oder? Das weiß keine Sau mehr. Ich krieg hier Flöhe. Hm. Tee Pause und warte, ich muss noch mal kurze andere Pause machen. Moment. Kurze andere Pause. Da geht's doch nichts wieder rauf, oder? Ah nee. Huch. Ah ja, das war der Gaskeller da. Oh nee. Aha. Jetzt warte. Ah. Das ist so scheiße. Wenn da die Perspektive wieder... Jetzt müssen wir da raus, oder? Warte. Genau. Da raus. Da. Ah, das nervt aber hier. Komm. Erstens, dass die Perspektive da unwechselt. Jetzt sind wir wieder... Warte, jetzt geht's da vorne in die Haupthalle, oder? Hm. Äh. Äh. Die Haupthalle ist nur begrenzt. Platz. Witzig. Jetzt sind wir wieder bei der Schreibmaschine, oder? Äh. Leg die Steintafel sicher ab und sorgt für Platz in meinem Tal. Jetzt schweiern wir. Komm. Äh. Ne, warte. Der hat kein Farbband. Ach, du Scheiße. Ah, warte. Die Flaschen. Leg ich mal hin, oder? Warte. Moment. Die muss ich überhaupt halten. Das ist begrenzt. Platz. Warte. Jetzt kann ich jetzt die Flaschen ablegen. Brauche ich die? Weiß keine Sau. Ah, weil ich jetzt 10.000 Steintafeln... Was soll denn das für ein Dreck sein, wenn man das nicht alles nehmen kann? Also... Äh. Jetzt haben wir keinen Speicherplatz mehr. Oh, ne. Schau her. Jetzt fangen wir oben wieder an, oder? Äh. Daten überschreiben, ja. Oh, ne. Jetzt muss ich mal merken, wo das dann ist, irgendwie, oder so. Warte. Ah, wir haben aber schon wieder eine halbe Stunde gespielt. 20. Alle. 20. Alle. Gut. Jetzt müssen wir wieder aufhören. Gell? Kurze Pause. Ich schalte das Video aus und schalte es gleich wieder ein, gell? Also tschüss, bis gleich. Jetzt muss es mal kurz weg und schalte es aus. Und ich schalte es gleich. Ich schalte es gleich. Dann bin ich mal kurz weg.